Sag mal, aus was für einem Getreide wurde hergestellt? Ich möchte Frieden stiften auf dieser Welt und ich fange damit an, indem ich in der Universität für Erziehungswissenschaften studiere und einfach mal den jungen Leuten was mitgebe. Tag. Gib dir die Sachen nachher fürs zweite Semester mit. Meine Klassenkameradin, wir verstehen uns ziemlich gut. Sie ist nur heute nicht so gut drauf gewesen, deswegen hat sie mich ignoriert. Weil wir studieren zusammen Erziehungswissenschaften. Und da geht es halt um Kinder, die unerzogen sind. Probieren wir gerade einen Weg zu finden, wie man den Kindern beibringt, dass sie auch einfach mal parieren. Zum Beispiel hat man vorhin eine Frage im Hörsaal, da hat einer gefragt, Ja, was mache ich denn, wenn ein Kind mich anschreit? Dann habe ich gesagt, ja gut, dann kniesch dich erstmal hin und fragst, was los ist mit dem Kind. Und dann, ja, aber es hat mich angespuckt. Und dann sage ich, ja gut, dann kniesch dich hin und spuckst erstmal zurück ins Gesicht. So eine dumme Frage. Also hier stehe ich manchmal in der Pause, das ist meine Universität. Wo ich manchmal in der Pause stehe und dann können mir die Studenten Fragen stellen. Wie zum Beispiel, was jetzt eigentlich ist, geht es jetzt weiter, wann und wie viel Uhr beginnt es denn? Und am Schluss ist es scheißegal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.